Das macht's, überwähren sie nicht. Dann weiß ich ja. Bremsen geht. Ja. Linker, rechts. Linker, links. Ruppe. Weiter, linker. Da kann ich das doch ausrichten. Ja, da kann man. Mir? Du bist so eine Notsütze. Notsütze. Wo ich sie an der Junge kam, die hat gesagt, das ist ein Fetzenhafen. Wollen Sie auch ein Fetzenhafen? Ja, das ist ein Fetzenhafen. Den haben wir erst renoviert vor zwei Jahren. Was ist denn so aus der Müsstetten aus der Zeit? Was ist denn so aus der Müsstetten aus der Zeit? Na, ha, wie du ja! Wie geht's dir nicht? Wie geht's dir nicht? Wie geht's dir nicht? Wie geht's dir nicht? Ja, du hast schon geschehen, braucht man. Wirst du schnell, dass er nicht aus dem Ausfall fällt? Das ist für den Weg. Ja, du hast ja mit die Eier mit dem Kind, und da braucht man Geld mit dem Auto. Das hätte es nicht eingelackiert können. Man kann ja alles weghalten. Das ist ein EDM in Richtung. Ja, fast nicht alles. Wo ist das jetzt? Ja, ein Hund hat ein Bestechungsgeld sicher. Du, ein bisschen was müssen wir schon schauen, dass wir ihn in die Kasse kriegen. Zwölf, zwölf. Hoffentlich komme ich da nicht durch den Raft. Jetzt haben sie es immer drüber piekt, glaube ich. Nein, wir dürfen schon jahrelang nicht drüber pieken. Schon 10 Jahre oder so. Weil es dann leichter runtergehen, wenn wir drauf sind. Wo ist es denn? Jetzt glaube ich verloren. Der Mann hat einen richtigen Pieckerlkübel. Schauen Sie sich das an. Wir halten die Umwelt sauber. Dass das nicht ausschaut wie bei den hohen Toten. Bei uns ist das nicht so. Beim Traktor scheren sie es runter und das fliegt davon. Nein, bei uns nicht. Bei uns kann es den Boden da. Da liegt kein Sommertum. Kein Obergschert. Ist ja so. Da geht's. Ich bin unternehmt. Ich bin unternehmt. Vielen Dank.